Hallo, Victor. Ich bin's. Wie viele haben Sie denn noch? Ich hätte noch 22 Karten, allerdings in den hinteren Reihen. Gut, dann nehme ich die. Bitte. Danke, Frau Jenke. Das ist für Sie. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt. Sie waren extrem ehrgeizig. Wahnsinnig ehrgeizig. Vielleicht doch besser Trompete. In Wahrheit waren Sie ziemlich begärt, Lara.